. . . . . Ha, der Bernie. Schauen wir mal, was mein Freund so treibt. Bernie, servus, hi, grüß dich. Ich hab gehört, du hast über die Sommerpause fleißig trainiert. Lass uns mal sehen, was du alles so drauf hast. Das ist ein Fall für Manu. Ja, klar, Thomas, kein Problem. Ich schnapp mir den Bernie gleich und dann gehen wir zusammen auf den Platz. Ach, da kommt er ja schon. Hey, Bernie, du hast aber ganz schön trainiert im Urlaub. Ich sag zum Trainer erstmal, der soll dich mit in den Kader nehmen. Aber ich glaub, du brauchst doch ein neues Outfit, oder? Hi, Bernie, wie geht's? Geh schon mal in die Umkleide. Ich such dir ein neues, perfektes Outfit aus. Zieh das mal an. Nee, komm, zieh aus. Probier das mal an. Doch, wirklich. Boah, das ist es. Aber das Wichtigste fehlt noch. Und noch eine coole, passende Frisur. Hey, Bernie. Welcome, nice to meet you. I'm going to be a barber for today. Let me style your hair. Yeah, make you look good. Welcome, have a seat. Have a seat. We're almost done. One final touch. Close your eyes. sind mit. Foxe mal an. Mai extingui. 多くigung. Bis zum nächsten Mal.